Wie alt warst du, als du einen Traktor vorhin warst? Der Traktor-Driebene? Ja. Ich war in der 3. grade. 8, 9 Jahre alt. Und ging das Gold? Ja. Die waren vielmehr und wir waren vielmehr. Das war die Anniaclemma. Ja. Ich wusste, dass die Anniaclemma, die Traktor-Driebene. Ja, da wurde sie warst und Abst. Die Anniaclemma, ja. Ja, dann kam sie die Anniaclemma an. Again, die Traktor-Driebene. Ja. Die Anniaclemma hatte sich den Traktor-Driebene. Ja, es war nicht immer die Tractor-Dream. Hat die Mom nicht interactiven? Sie hatten mal ein Krachdream? No, sie hat auch die Tractor-Dream. Ja, sie hat auch. Sie hat mich das Tractor-Dream nicht getan. Na ja, es ist gegründet. Es gibt auch die Suntand. Das Tractor-Dream. Er ist ein Fünfer Sontag. Das ist ein Fünfer. Du hast ihn in Katz. Nein, wir haben ihn in Katz. Ich glaube, wir haben in den Dessen vor dem Gehten. Ja, wir haben ihn auf der Schwamm. Er hat eine Schwimmig-Süge in Palma. Ich bin nicht schlecht, wenn ich alles klar bin. Ein Hennig zu der Ihnen das Dache würde fühlen. Ich würde ehrechen. Der Kacow und Knicks...